Musik Ach, irgendwie, ich glaub, das Spiel ist nix für mich. Ja, da kommst du nicht durch, mein Lieber. Da kommt so ein blöder Zombie, der Deckel ist zu. Ja, weil die kein Leben haben, greifen die die natürlich nicht an. Die müssen unbedingt was essen. Oh, Shitkram. Das ist doch alles scheiße hier. Ja, Stahl brauch ich nicht. Also die müssen jetzt unbedingt graben hier. So, Jungs. Macht mal die Erde weg. Hm. Super. Jetzt haben wir mal Dings kaputt gehauen. Ach, die gehen doch alle flitzen. Shit-Kram. So, und der nächste Zwerg tot. So, und der nächste Zwerg. So, und der nächste Zwerg. Wie kommen die da nicht raus, weil der Zwerg da liegt? So, und der nächste Zwerg. So, und der nächste Zwerg. Hm, hier sind ganz viele Ärzte. Ich brauche Leitern, verdammt. So, und der nächste Zwerg. So, wie ging das mit den Hacken? Hier, Stein an die Spitzhacke. Stein, Stein. So, und dann brauche ich Holz. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Komm, was soll der Geiz. So, und jetzt rüste ich mal meine Kleinen. Der hat eine. Der kriegt auch eine. Der kriegt eine. Der kriegt eine. Der kriegt eine. Und das war's. Mehr haben wir nicht. So. Ach, was ist denn das? Laterne. Ich brauche eine Schmiede. Super. Was habe ich denn hier gefunden? Ein Stuhl. Müllerei-Buch. Mehl malen, ja. Komm, Kleiner, das schaffst du. Kommen die da schon wieder nicht raus. So, jetzt muss ich noch mal hier den Deckel drauf machen. So. Hotto. Mich würde ja mal interessieren, ob ich das nach innen verlegen kann. Also nach unten irgendwie. Okay. Ja, mein Freund. Ist das schwierig hier. Verdammt, verdammt. Ich muss doch irgendwie noch an Rezepte kommen. Ist er jetzt tot? Habe ich ihn erlegt? So, hier liegt noch irgendein Gestrüpp. Liegt auch noch ganz viel Kram. So. Muss unbedingt hier mal diese Blätter kaputt hauen. Wo bist denn du, Kleiner, Zwergen? Das sind Hühner. Da ist noch ein Rezept. Was habe ich denn da? Quadratisches Fenster. Echt. So ein Kram, den keiner braucht. Oh-oh. Ich habe keine Ahnung, was das hier viel Kram ist, aber ich baue es einfach mal ab. Ist das nur Stein? Ja, schön. Bevölkerung ist gewachsen. Juchu. Kann ich hier was... So. Ach, Freunde der Nacht. Entferne Fackel, baue hier mal eins tiefer. Oder... Ups. Stehe ich dann an der frischen Luft? Ach, dann stehe ich an der frischen Luft? Ja, nee, das wollen wir nicht. Okay. Nein! 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 Oh nein, oh nein, oh nein. Das darf ich nicht, weil dann fällt der Sand runter und dann sind die frei, die Viecher. Nö, das passiert uns hier nicht. Die dürfen schöner drin bleiben. Die Ameisen. So, der hat die Pflanzen eingesammelt. Habe ich jetzt mehr Blätter? Eintopf. So, jetzt habe ich den Tisch weggeschickt, ne? Hier ist der Tisch. Ich brauche Stühle. So, wie war das mit den Stühlen? Och, nee, Kinnas. Die machen mir Sorgen, meine kleinen Zwerge. Guckt an, es wird schon wieder dunkel. Nein! Come on! Hier ist ganz schön dunkel, so hier kann ich mal eine Fackel aufstellen. Und hier vielleicht auch. Da ist noch ein Buch. Eine eiserne Tür und ich brauche eine Schmiede. Yay! So, da stelle ich auch noch mal eine Fackel auf. Da ist doch Eisen oder irgendwie sowas. Sehr gut. Was ist das? Schon wieder? Habe ich das nicht eben schon gefunden? Hm. Doch, Eisenerd, so, Stahl, Kohle. Ja. Ehe mich auch echt. Verdammt. Wie war denn das? Wie konnte ich die denn zum Essen schicken? Wähle Zwerg, geh essen. Achso, jetzt muss ich ihn befreien. Warum ist denn da kein Licht? Ach, ich habe die Fackel eben abgebaut. Dann nehme ich die Fackel da weg und setze sie wieder hier hin. Ähm, wieso kann ich denn da keine Fackel setzen? Ich werde angegriffen. Na, wer hätte es gedacht? Wieso geht das denn nicht? Die Zwerge sind hungrig. Ja. Achso, weil ich, ähm... So, jetzt aber... Ja, wer sagt's denn? Sie werden sterben, ich sag's euch. Alle miteinander. Da, ich habe hier noch ein Rezept gefunden. Was denn? Ein Buchregal. Ach, nee. So, wie mache ich nochmal Fackeln?